Hallo, hier ist der Steven vom Supportnet und heute zeige ich euch einen echten Alleskönner und zwar das Programm FreeStudio von DVD VideoSoft. Und zwar sind hier in dieser einen Maske gleich mehrere Programme integriert. Wir sehen hier zum Beispiel einmal YouTube-Programme. Wir haben hier den Free YouTube Downloader, den Free YouTube Uploader oder den Free YouTube to MP3-Converter. Genau das gleiche haben wir auch für Foto und Bilder. Wir können hier beispielsweise 3D-Fotos erstellen oder Videos zu JPEG-Dateien konvertieren oder Bilder konvertieren und vergrößern, verkleinern. Also hinter jeder einzelnen Kachel sind mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Auch für Mobiltelefone können wir es in jedes erdenkliche Format konvertieren. Gut, das ist auch schon die einzelne Programmoberfläche. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich oben hier noch die Sprache verändern. Einige sind vorhanden. Und das war es auch eigentlich schon. Und ihr findet zu unserem großen FreeStudio DVD VideoSoft Compendium jedes einzelne Programm mit einem Video erklärt. Also dann viel Spaß beim Ausprobieren.